Herzlich Willkommen zur Videoserie der Johannesbad Hotels. Das Thema heute ist die perfekte Schweinsbrauenkruste. Da haben wir ein Wammerl, schönes und das tun wir dann rautenförmig einschneiden und jetzt tiefschneiden, weil sonst schneiden wir zwei durch. So, dann können wir das einwürzen mit Salz, Pfeffer und Kümmel. Und ein bisschen Leireim und dann Kümmel. Und dann haben wir noch eine schöne Schwitter, da wir auch dann rautenförmig einschneiden, nicht zu tief, dass wir dann auch eine schöne Kruste kriegen. So, dann haben wir es eingeschnitten und dann tun wir es einwürzen mit Salz und Pfeffer. Gut einräumen, hinten und vorne. Und dann Kümmel. So, dann haben wir es eingewürzt. Dann lassen wir es noch ein bisschen ruhen. Ganz wichtig, eine Tasse Wasser gehört dazu. Jetzt, nach einer halben Stunde ruhen, werden wir eh schon so weit, dass wir es in den Ofen schieben. So, dann tun wir jetzt bei 190 Grad ca. eineinhalb Stunden bei Heißlust schieben und dann haben wir eine schöne Kruste. So, jetzt sind wir noch eineinhalb Stunden vorbei. Aber das schaut gut aus. Der Schweinsbrun ist fertig und jetzt haben wir eine schöne Blaser. So, es wird schön gekrochen, wenn wir es aufschneiden. Das ist die perfekte Kruste. Lasst es euch schmecken. Schleimungen, 116. Steht das Ganze locker. Jetzt, ist er nicht richtig. So, ich kenne ihn noch nie. So, jetzt oben schauen. So, jetzt um nochmal Understand. So, jetzt bitte schiefst, sperast es nämlich gamble. Jetzt nicht wiederholen wir.